Moin moin und willkommen zur 109. Folge Dark Souls 3i. Ja, wir haben ja jetzt unseren letzten NSC hoffentlich gefunden, also denke ich mal, ich weiß es natürlich nicht genau. Wie gesagt, ich hab nur grob geguckt. Und ja, können wir auch weitermachen. Und zwar in der Burg Lothric, denke ich. Ja, doch. Und von da aus müssen wir jetzt mal schauen. So wie ich das verstanden habe, also das weiß ich zumindest leider durch dieses Durchgucken, da die Gebiete natürlich auch ein bisschen eingeteilt sind, dass eins der Gebiete, was wir jetzt hier haben in der Nähe, oder auf dem Zettel stehen haben, in Anführungsstrichen, na komm, 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 eins der geheimen Gebiete ist, optionalen war es, glaube ich, in dem Falle. Und ja, das ist nicht die Burg, sondern das andere Ding, was wir da schon gesehen hatten. Nur, ja, ne, ihr wisst ja, ich wollte eigentlich nicht gucken. Aber gut, wow, das war nice. Das hat sich hier richtig gelohnt. Ich hätte auch noch mal ne Münze knacken können. Machen wir mal jetzt. So. Ja, man sollte vielleicht auch den Zauberstab drin haben. Dann wird das auch damit funktionieren, wobei wir den eigentlich mal eben da wieder hinpacken. Ist mir irgendwie lieber. Keine Ahnung, ich hab mir das inzwischen schon so angewöhnt. Naja, toll. So. Dann gucken wir mal. Ich hoffe, der Speerträger. Okay, der läuft ja weiter, Typo. Na, ich nehme jetzt mal erstmal den hier. Ja, okay, jetzt hat er ihn doch gebufft. Das ist scheiße. Aber egal. Einen wird er ihn nicht mehr. Das ist nämlich das Schlimmere. Schon jetzt. Glaub ihn. Au. Du Arsch. Da wollte er uns mit dem Schild eine mitgeben. Ist noch nicht, mein Freund. So, was ist jetzt mit deinem Buff da? Läuft da auch irgendwann aus. Au. Au. Jetzt wird's eklig. Auch. Alter. Okay. Puh. Meine Herren. Die sind echt böse. Die sind einfach böse, die Jungs. Ach, komm schon. So. 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 Und noch einmal. Zack. Noch mal. Und sind voll. Perfekt. So, wie machen wir das jetzt gescheit? Wir sollten uns auf jeden Fall den Caster zuerst schnappen. Wir warten mal einen ganz kleinen Moment. Äh. Okay. Interessant. Das gibt uns jetzt mehr Zeit. Perfekt. Ja. Ja. Ey. Achso. Läuft dein Casterreich weiter. Ah, zu weit weg. Deswegen. Ey. Was machst du, du Arsch? Okay. Der eine Schlag ist eindeutig noch zu langsam dafür. Ui. Was war ein Konterangriff? Autsch. Der hat richtig wehgetan. Oh wei, oh wei. Ja, Gegner und so darf man hier nicht unterschätzen. Ach. Nicht abhauen. Was der immer abhauen muss. Bleib hier. Genau. So, jetzt lass uns mal eben schnell die Münze knacken. Zack. Au. Vielleicht sollte man sie mal reinpackeln. Aua. Wehe, wehe, wehe. Kein Bock die Seelen zu verlieren. Ne, ne. Au. Oh. Oh, 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 oh. Das wären so tot gewesen. Puh. Ja, damit. Jetzt kommt der da. Nicht abhauen. Hups hier. Das ging jetzt schon wieder ein bisschen besser. Du lässt das auch mal sein. So, jetzt müssen wir mal gucken, wie wir uns gegen ihn hier schlagen. Das ist ja auch eher so ein Problem kennt. Ja, das war ganz gut. Sollte ich vielleicht auch einfach nicht immer so aggressiv spielen, wie ich das immer mache. Ich könnte das vielleicht noch ein bisschen. Oh, 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 oh. Perfektes Timing. Ja, das war gut. Wo sind die Seelen? Ja. Sehr schön. Jetzt. Ja, ist auch nicht. Eigentlich wollte ich schon viel früher rollen. Ging gerade nur nicht. Fuck. Jetzt sind wir dran. Okay, oder auch nicht. Du Arschloch. Alter. Nein. Nein. Lass uns mal bitte hier. Machen wir kein Kelleck jetzt. Das reicht. Aha. Du komischer Vogel, ey. Alter. Der geht mir gerade nicht auf den Keks. Das gibt's doch nicht. Mann. Ich treffe ihn nicht. Fick dich doch. Alter. Okay. Rückzug. Das klappt gerade absolut nicht. Keine Ahnung, was es gerade mit mir los ist. Moment. Ich muss mich mal eben hier sammeln. Meine Herren. Das war jetzt gerade richtig scheiße. Alter. Okay, nee. Das geht so nicht. Wir haben nur noch drei Stück, glaube ich, ne? Ja. Pfff. Das war ja gar nichts. Ah, 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 ah. Da müssen wir noch mal ran. Also, so brauchen wir da, glaube ich, gar nicht weiterzugehen. Wenn ich da jetzt so einen, so einen totalen Scheißlauf hab. So, komm her. Jetzt ist alles, alles gut. Jetzt werden wir ihn richtig geben. Warum ist er da schneller, der Arsch? Ah. Naja. Soll er da halt schneller sein? So. Jetzt kommt er. Muss das doch mal klappen, ja. Ich will doch nur da, ohne so viel zu verlieren, einigermaßen durchkommen. Mehr möchte ich doch gar nicht. So. Jetzt könnten wir uns sogar noch mal heilen. Könnten wir uns noch mal heilen. Achso. Ich fand mich gerade schon, wieso geht das nicht? So. Mehr, Fred. Ah. Besser. Viel besser. Besser. Gut. So geht das doch. Jetzt haben wir das Problem, dass der da wieder so... Hm. Kann wir den eigentlich totschießen, ohne dass der andere das irgendwie eventuell registriert? Ich meine, das wäre doch mal was Tolles. Gucken wir mal. Und dann so. Und den Pfeil. Fähigkeit vergessen. Okay. Heilt er sich? Tatsache. Ich glaube, er hat sich selber auch gebufft. Weil der andere nicht aggro ist. Interessant. So, komm. Piu. 95. Das ist ja knuffig. Das ist ja knuffig. So. Sind wir auch hoffentlich... Was? Was? Warum hat der eine da noch getroffen? Alter. Wie, er ist... What the fuck? Er ist irgendwie... Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist er auch nochmal ein ganzes Stück härter. What the fuck? Ich weiß, ich bin doch gerade irgendwie einfach nur schlecht. Das ist mir auch bewusst. Aber ich weiß auch nicht warum. Ich weiß gerade nicht, was da los ist. Irgendwie... Da sind nämlich keine Rotaugen. Daran liegt es. Trotz allem weiß ich gerade nicht, was mir irgendwie mit mir los ist. Keine Ahnung. Irgendwie... Irgendwas will da gerade nicht so, wie es soll. Ah, gucken wir mal. Seelen liegen ja ganz gut. Und dann nochmal die Waffe verzaubern. Äh... Du-du-du-du-du-du-du. Ah, oh, oh. Das war jetzt knapp. Das war jetzt richtig knapp. So. Nee. So, nicht. Jetzt. Ah, das war ganz gut. Jo. Den haben wir gerne mitgenommen. Das ist ja auch crazy. Der Unterschied von dem zu dem. Okay. Rotauge. Scheint wirklich echt... ...komplett anderer Gegnertyp zu sein. Ach, toll. Keine Pfeile mehr. Zumindest nicht von der Art. Lass du das mal. Ist ja schon gut, dass du dich gebufft hast. Pfeilen ist nicht. Plupp. So. Jetzt kommt das Problemkind. Puh. Nein. So. Ich glaub sogar, ich möchte den vorher nochmal an... Naja, wobei... ...ne, dann ist der Buff ja nicht mehr aktiv. Oh, fuck. Der Zauber ist auch noch an. Hat er uns schon gesehen? Nein. Jetzt ist der Zauber... ...immer noch an. Können wir uns vorbeischleichen? Schwachsohn. Komm. Jetzt machen wir ihn. So. Das hat schon mal ein guter Start. Na. Das geht doch. Das geht doch. Ah, das war okay. Das war okay. Ah, da haben wir unseren Brocken. Sehr schön. So. Da war das nicht... Wo war das dann jetzt? Das andere Gebiet. Ich will erst mal zu dem anderen Gebiet. Äh. Ja, hier war der Abgang, ne? Ich will mich nicht täuschen. Wir hätten mal eigentlich anders... ...noch lang gehen können. Ich weiß, aber... Nö. Ich wollte ja noch einen Brocken haben. Und vor allen Dingen ein bisschen üben. Viel wichtiger. So, jetzt wird's eklig. Diese komischen... ...komischen... ...Schnorkeldinger da unten. Bäh. Bäh. Hallo? So. Was sagen? Ist doch alles richtig. Warum machst du denn nicht? Wenn man kein Manor hat? Oder Fokuspunkte... ...kann das auch nicht klappen. Na? Hat das Schild nicht richtig hochgekriegt? Oder was war das? Ja. Au. Au. Oh, ja. Hau du nur da in die... La, 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 la. Scheiße. Jetzt müssen wir... Au. Ah, da hat er uns ein bisschen... ...eingenödelt. Aber... ...auf geschissen. So. Dum, dum, dum. So. Gucken wir mal. Ähm... ...wir hatten uns ja gedroppt. Ach. Ja, scheiße. Hier war ja das Problem mit dem Gift. Mäh. Ähm. Ich bin mir gerade gar nicht... ...wann weiß ich, ob das Sinn macht. Unten lang. Aber hier unten kriegen wir direkt was Gift. Naja. Okay, Problem. Okay, das sind die. Ach, du Kacke. Ach, du Kacke. Okay. Das hat uns zum Glück noch einer gesehen. Ah, das ging bis hier hin gerade noch. Okay, wir müssen den jetzt langsam mal... ...eieieieieieiei. Du Penner. Na, kommt er hierher? Wenn ja, dann fahren wir mit dem Fahrstuhl hoch. Alter, sind die bitter. Dahinter ist auch noch einer von diesen dicken Rittern. Puh. Natürlich blöd, weil man ihn nicht beschießen kann, ne? Hm. Hm. Pyromantie. Okay. Komm mal her hier, Freund der Sonne. Hallo. Ganzhaft jetzt. Okay. Ach, ich drück die ganze Zeit den Falschklop. Wir sollen mal die Pfeile mal eben... Äh, ja. Okay. Giftpfeile. Hm. Das könnte ja auch interessant sein. Die Frage ist, wie viele müssen wir... ...bis er vergriftet wird. Oder gibt es einfach nur zusätzlichen Schaden? Auf jeden Fall machen wir ganz gut Schaden. Nice. Okay. Das war jetzt... Nice. Hm. Oh Gott. Dann sind wieder diese komischen Schneckis. Piu. Boah, gut. Wenn die denn so wenig aushalten... ...wann sie auch mal totschießen. Weil das nicht unbedingt seeleneffektiv ist. Ist mir bewusst, aber egal. Hm. Da hockt einer. Wieso hockt da einer? Das ist doch ein Gegner. Eindeutig. Ne, ne, ne. Du wirst gar nichts machen. Der hat sogar noch Rotaugen, der Spacken da hinten. Der ist böse. Der mag uns nicht. Haha. Arsch. Hm. Was so klug ist? Naja. Eh nicht getroffen. So, was ist mit dir da oben? Kann man dich auch davon überzeugen, hier mal runter zu kommen? Was hältst du davon? Huch. Hm. Okay. Er sagt ja. Mach ich. Auch. Ja. Können wir den wegstabbern? Wieso nicht? Wieso ging das nicht? Hui, hui. Na? Freund der Sonne? Weiß nicht, was du tun sollst, ne? Außer rückwärts gehen und drehen. Vogel. Hm. Kommen wir aber auch nicht hinter seinem Schild gerade. Haha. Au. Wiggledy, wiggledy, wiggledy. Du Panner. Ah, nix mit Backstep. Ich hoffe, dass wir da vielleicht einen rauskriegen. Dann halt nicht. Dann halt nicht. Aha. Kathedralenritter-Großschild. Sagt mir jetzt so auch nischt. Gott, sind hier viele Schnecken. Ist das eklig. Ah, wisst ihr was? Wir wechseln mal eben die Pfeile. Das geht mir ein bisschen auf den Keks grad. Hm, 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 hm. So. Nein. Ist doch schon tot. Mäh. Hm, hm, hm. Da haben wir auch noch ne Schnecke. Ah, treffen sollte man natürlich. Zack. Da seh ich auch noch eine. Das wird aber nix. Oder? Hm. So vielleicht. Jo, cool. Und noch einmal. Sehr schön. Das hat geklappt. So. Ah, Furcht. Ja. Auf jeden Fall. Das kann ich nur bestätigen. Die Viecher sind echt zum Kotzen. Oh, fuck. Hui. Ich bin weg. Tschüss. Hm. Verarscht. Beide auch aggro geworden, ne? Keiner, ey. Ah, 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 ah. Hallo, Arsch. Hm, hm. Schlucke dies. Schlucke das. Ey. Ich wollte mal sagen, schlucke folgendes. Und. Boah. Sehr gut. Ah, dafür ist Pfeil und Bogen dann doch ganz gut. Wenn man die geskillt hat. Definitiv. Für so eine Gegner, die man einfach, äh, nicht mag. Also, sorry, aber. Die sind mir echt ein bisschen zu eklig. Alter. Genau auch wegen solchen scheiß Aktionen. Wuuu. Na toll. Na toll. Ähm, die waren's. Das war jetzt nicht so schön. Ja. Hochheilhorn. Eieieieieieieiei. Also, die sind wirklich echt arschig. Die mag ihn nett. Überhaupt nett. So. Wo ist er denn? Ich höre ihn doch. Da. Da ist der Pener. Ich weiß auch gar nicht, wo ich da hinschießen soll, bei dem Spacken, ey. Okay. Na denn? Du Pener. Das hast du verdient. Und tot. Das hast du verdient. Oh Gott. Wir haben sie anscheinend alle. Ich höre zumindest nichts mehr stapfen und ich sehe auch nichts mehr. Drei Stück von denen. Bäh. Ich muss auf jeden Fall nochmal den Loot hier aufsammeln. Dumm, dumm, dumm. Voll verrissen. Mann, Mann, Mann. Äh. Okay. Aha. Da war die Reichweite nicht hoch genug. Interessant. So. Jetzt müssen wir nochmal eben unsere Giftklotten anschmeißen. Ich glaube, die Mütze war es. Gucken wir einmal, wo ist Gift da. Mach mal kurz durch. Ja. Hier weiß ich es nicht mehr. Ich glaube, die. Nein. Ah. Da. 68. Das sieht gut aus. What? 71. Okay. Und hier. 22. Das hört sich doch ganz gut an. 25. Jupp. Und hier. Schauen wir mal. 44. Alles klar. So, was haben wir denn jetzt überhaupt? Hm. 171. 322 zu 171. Alles klar. Na denn? Gucken wir mal. Eine Scherbe. Hui. Schattenmaske. Schattenoberteile. Schattenstulten. Schattengemaschen. Klaue. Schwarze Feuerbombe. Menschliches Horz. Und vielleicht nicht unbedingt mit dem Bogen laufen. So ist das doch ganz okay mit dem Schaden. Gucken wir uns jetzt nochmal hier in Ruhe um. Ich glaube, hier hatten wir alles, ne? Also ziemlich. Hm, 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 hm. Da war auch nichts mehr. Hier haben wir auch alles. Nicht hier. Aha. Dachte ich mir. Ups. Hier sollten wir trinken. Keine Magie. So. Was ist denn hier? Braucht einfach nur so einen Durchgang, Übergang. Okay, da geht's irgendwie rein. Sinnlos. Okay. Das sieht wirklich sinnlos aus. So. Oh, noch ein Brocken. Nice one. Noch mal Harz. Das war ein Lassfeuer, ne? Was haben wir hier? Dunkler Edelstein. Da haben wir noch einen Typen, der aufsteht. Ne, ne, ne. Nicht mit mir. So, brauchen wir jetzt noch was mit Gift. Und wir gehen ja jetzt nach oben. Bis es aussieht... Können wir uns das jetzt wieder schenken, wa? Na denn? Ui, 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 ui. Okay, dann können wir ja wieder hier Rüstung wechseln. Super. War das wirklich nur zum Looten? Na denn? Aber okay. Haben wir das jetzt auch geschafft. Ähm. Kann sogar jetzt theoretisch gesehen... ...noch was schwereres anziehen. Oh. Ah, die wären höchstens noch wirklich interessant. Aber sonst... Nee, 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 nee. Das sieht nicht ganz so doll aus, aber das geht doch. So, jetzt schauen wir uns noch mal kurz hier um. Was wir hier so Feines haben. Wer hat sich da angeboten? Ähm, das sieht aber nach NSC aus. Oder nicht? Da steht ja auch phantom. Hm. Ich höre da doch auch schon wieder irgendwas. Na gut. Ich würde jetzt aber erstmal sorgen, dass wir... Oh, da oben ist noch irgendwas am Ende der Folge angekommen sind. Wir werden dann mal in der nächsten Folge uns hier noch ein kleines bisschen umschauen und den Gegenstand da vorne mitnehmen. Ja, ich hoffe, ihr habt soweit Spaß gehabt. Und ja, ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Bis denn! 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 Bis denn!